Ich fuhr in kurzweil von einem Boss, kurzweil meine Freunde, Asche kündigt Diss Track gegen Samran, wegen der Line, die Samran damals gedroppt hat, dass er Ascht in seinem Lambo oder in irgendeinem anderen Fahrzeug, und jetzt fühlt sich Asche davon provoziert, und meinte er hat den letzten Sommer irgendwie verschont, weil er in Schwierigkeiten war, wegen dieser Nika, und jetzt will er zuschlagen, diesen Freitag mit Diss Track, Mensch Asche, warum man, hm? Hm? Nur weil du von Bushido ein bisschen eingeschleimt hast bei dir, willst du dich jetzt in deine Kriege führen? Das kann ich überhaupt nicht verstehen bei dir. Digga, mach so dein eigenes Ding an, versuch doch hier nicht auf Kraft irgendwelche Beefs zu machen. Bei Kollegah hast du mir besser gefangen, du hast dein eigenes Ding gemacht. Aber seit du irgendwie ein bisschen mit Bushido chillst, fängst du langsam an, seine Kriege zu führen. Ein Mann führt seine eigenen Kriege, ich kriege von jemand anders. Ich dachte, dass du ein Mann bist, Asche, hm? Und dass du mit so einem Faker rumschilzt, finde ich echt armselig. So schrieb du's, der Faker in 100 Personen, Mann. Der Junge ist komplett am Ende. Und mit so jemanden chillst du, der dich nur ausnutzt, damit du für ihn irgendwelche Diss Track schreibst? Überleg, was du tust. Okay, meine Freunde, das warst du wieder von einem neuen Boss. Aber bitte gleich nicht, vergiss du meine Freunde bis zum Nächsten, meine Freunde.